Ja, hier sind dann mal wieder einige Mitstreiter während des freien Trainings. Die gehen auch bei Extremtemperaturen, 32 Grad und 56 Prozent Luftfeuchtigkeit, alles. Max, da gibt's nichts zu lachen, das ist Realität. War ein bisschen ernster bleiben bei der Geschichte. Wir beobachten mal unauffällig das grüne Auto. Professionelle, ideale Fahrlinien.